Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play, oh ich muss mal kurz auf Stopp machen, Rollercoaster Tycoon 3 Deluxe Edition. Wir sind in Szenario 17 und direkt haben wir schon L-Meldungen hier reinbekommen. Finde ich nicht ganz so toll. Wir sind ja wie gesagt in Szenario 17 und unser Szenario heißt die Geldgrube. Hier ist ein Vergedingungspark, der einem zeigt was passiert, wenn gute Achterbahnen verkommen. Können Sie mit einem Mechaniker eine Geldmaschine daraus machen? Mit viel Liebe, Sorgfalt und Aufmerksamkeit für Details haben Sie eine Chance, aber nutzen Sie Ihre Ressourcen mit Bedacht oder Sie werden die Fahrten alleine antreten müssen. Der Sloggerball möchte wieder kommen, die Mülltoleranz ist hoch. Okay, gesamte monatliche Bahnannahmen 200. Okay, wir müssen hauptsächlich uns für den Müll sorgen. Wir werden auf jeden Fall, äh, ach du Scheiße, die Achterbahnen sind ja zum Teil war so kaputt. Äh, so, hier kommt einer hin. Ist noch irgendwo was kaputt? Ja. Hier ist noch was kaputt. Oh, hier ist ja alles kaputt. Das ist zum Beispiel ein Level. Hier. Das kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ach du. Hier ist ja noch mehr. Oh. Ist hier auch Störung? Ist hier aber eine Störung? Alter Vater. Ja, ich will es aber nicht zu viele hier einstellen, denn... Ja. Okay, du hier, fängst bitte hier an. Machen wir ein Rot. Du fängst bitte ab hier an. Rot. Mach mal hier hin. Das heißt, die ist jetzt hier unterwegs. Dann werden wir hier eine rauslassen. Und ihr natürlich eine Möglichkeit geben, hier irgendwie wieder rauszukommen. Das sollten wir ihr schon geben. Ich hoffe, wir können jetzt hier einen Weg hin machen. Hier kommt bitte... Nein. Eine hin. Das ist aber ein großer Park. Hier kommt eine hin. Hier kommt eine hin. Wir müssen... Ja, mir ist halt egal, ob Pfeils unglücklich sind oder nicht, hat es mir Wumpe, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße, der ist klar im Arsch der Welt. Komm mal her, ich helf dir mal. Ähm. Hier brauchen wir eine Reinigungskraft. Und dann wollen wir mal gucken. So. Die müssen natürlich synchronisiert werden. Warte mal hier. 1,50. Ja, noch mehr, Mischa. Du kannst mir mal am Hintern kratzen. 4 Euro, was ist das denn? Ach, das ist diese Bahn hier, okay. Hm. Das hier haben wir noch. Ja. Die Achterbahn werden wir gleich reparieren. Ja, machen wir mal. 2,70. Äh, warte mal hier. Mod 2,10. Ich glaube, ich gehe mal besser über, über, über. Hier. Sag mal hier. Gold Nuggets. Synchronisieren, natürlich nach Kundenwunsch. Machen wir 90 Cent. Rotbär. Synchronisieren, auch nach Kundenwunsch. 1,40. Sheriff Balance. Synchronisieren. 1,70. Westerhüte. Ah, haben wir schon. So, hier haben wir noch nichts. So. Das hatten wir. Das hatten wir auch. Der Rächer ist zu. Die Rache der Königin. Nehmen wir mal 2,20. Explosiver Schwinge haben wir gerade gemacht. 70 Cent. 1,10. Was ist das denn? Kann man da mal irgendwie hingehen? Ist noch irgendwo was kaputt. Das ist noch kaputt. Ja, da will ich mal gerne hin. Hallo. Mein Gott, was ist das für ein Park? Ach, hier. Ja, lassen wir mal. So. Du. Ja, genau du. Gut. Ich werden wir jetzt mal weiterführen. Hm. Irgendwie kommt das nicht zueinander hier. Na, seht ihr das? Das geht irgendwie nicht zusammen. Ah, jetzt. Mein Gott, ey. So. Darf ich bitte mal das hier anklicken? Ne, die treffen sich nicht. So, aber. Jetzt müssen wir hier auch noch eine Achterbahn wieder zusammenflicken. Ich fasse es ja wohl nicht. So, hier muss ich gucken. Hier sind Ketten dran. Ja, das muss auch bleiben. Okay. So. Da auch. Da kommen wir. Äh, hier müssen wir genau so zusammen. Dann ist hier irgendwas kaputt. Ja, ich weiß, dass der hier nicht platziert werden kann. So. Hier haben wir noch eine Lücke. Dann geht das hier so. Dann geht das hier so. Könnt ihr euch irgendwie finden? Könnt ihr euch nicht? Ah, so geht das. Dann geht das hier rum. Boah. Das ist eine kaputte Achterbahn. Habe ich ja echt noch nie gesehen. So. So. die ist so mein gott sind der flick arbeiten so geht das hier aber ich habe hier noch irgendwo glaube ich eine stelle gesehen die noch nicht repariert ist lassen wir mal die bad hier mal fahren so das ist schon mal ganz müssen doch gucken ob das überhaupt funktioniert auf jeden Fall schön stein nach oben wäre schön wenn man die Achterbahn dann doch irgendwie ein bisschen halten können so da geht es jetzt runter ja da entlang wir werden natürlich gleich natürlich mit der reparierten zusammengeflicken Achterbahn fahren ist ja ganz klar na ihr dürft aber hier trotzdem alles klar danke okay das heißt es funktioniert wieder und dann möchte ich hallo ein euro ich glaube takt na ich hätte gerade schon 4,50 dafür und dann haben wir das hier eröffnet ja irgendwas ist immer kaputt hier das war schon immer in diesem Western Szenarien so keine Ahnung warum jetzt mal bitte hier irgendwie eine Reinigungskraft hier in der Nähe hat ja mal alle Hand hier zu tun ne dann macht ihr zwei denn hier Gruppen kuscheln oder wat ich nehme ich mal mit und zwar machst du bitte hier soweit alles klar ja hier ist natürlich auch noch keiner gewesen wie weit sind wir denn hier überhaupt schon ach die hat den Weg gewählt dann brauchen wir noch eine Reinigungskraft die hier den Dreck weg macht geh bitte in die richtige Richtung sehr schön dann sollten wir auch mal Mülleimer hier aufstellen wäre jetzt mal so keine schlechte Idee ich gucke gerade mal ich nehme mal hier so eine Schädel äh so ich weiß unser Budget ist begrenzt aber wenn wir nicht hier mal so ein bisschen schon mal anfangen zumindest dann haben wir ein Problem wo geht der denn hin ach Gott hier geht's ja auch noch weiter stimmt ja hier haben wir noch ne Menge Arbeit vor uns gerade was hier äh Müll angeht aber wir müssen auch mehr äh trinken und sowas aufstellen dort ist jetzt ja wieder so ein Ding an wo du einfach nur Müll beseitigen musst und ja ich hab aber noch nicht überall oder ne hier noch doch hier ne hier nicht ach mal hier auch noch Müll einmal hin da ist so jetzt muss ich mal gucken die Bank ne die Bank ist noch gut versteht das nicht warum machen die immer nur hier die Hälfte was haben wir ja noch außer Müll beseitigen hier ist immer noch alles voll warum hier fickt hier keiner seht ihr das noch alles voll alles alles ja tut mir leid aber wenn wir das jetzt hier nicht irgendwie auf die Reihe kriegen und ich würde auch sagen dass wir wieder Bereiche hier ähm einteilen weil sonst kommen wir echt in Teufels Küche hier weil das wird ja nicht weniger mit dem Müll hab ich zumindest das Gefühl sondern das wird immer mehr ja ich geb jetzt allen hier einfach mal irgendwie einen Bereich sie hat dat hier dat hier äh natürlich hier auch äh dat bis hier hin nee dat ah nein dann drehen wir halt so ähm nee das ist zu groß nee nee machen wir aber wieder rückgängig so Reinigungskraft Nummero 2 das bitte hier das 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 ich das das Vielen Dank.